hallo ihr lieben und willkommen zu einem neuen spezial reading denn wie immer mal oder wie öfter sind letzter zeit und dauerhaft um uns sind wieder besondere energien und die schauen wir uns heute an wir gucken uns den vollmond an und schauen einfach mal was es da so mit sich bringt als ich gerade die karten für uns gezogen habe hatte ich schon wieder mal den ein oder anderen schmunzler im gesicht weil das einfach genau das widerspiegelt was ich so sehe in meiner tagtäglichen arbeit was ich selber an mir sehe freundes bekannten kreis bei meinen kunden und das passt absolut wo uns diese vollmond energie hinschubst der erste august wir gehen in den august mit dieser energie und die karten die ich für uns gezogen habe die beginnen tatsächlich hier mit dem meister selbst ich handle aus dem bewusstsein meines inneren meisters heraus und schaut euch mal diese karte an wir haben gefühlt so die verschiedenen chakren wir haben gefühlt verschiedene stufen hier mit dabei und doch auch eine schwingung die aus uns heraus geht und genau das spiegelt das alles wieder was gerade so am passieren ist wir sind auf einem gewissen meisterkurs und dieses meister selbst wir wissen es ja was in uns ist wir wissen es ganz genau und doch werden wir wieder dahin geschubst dass diese innere meister gerade ganz ganz viel platz bekommt dass wir zugang zu unserem inneren meister selbst haben und dann aber auch dass wir merken wo sind denn die ganzen gefühle die da gerade mit uns schwingen und vielleicht auch der innere zweifler der ab und zu auf der schulter sitzt und einem da etwas mit gibt und aber auch die momente wo man sagt hey stopp mal hey halt jetzt mal den mund und quatsch mich nicht dauernd zu um es mal platt fränkisch zu sagen genau das ist es wo es hier eben mit dem selbst zweifel auch hingeht weil du ich und wir alle dabei sind immer weiter zu gehen immer 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 weiter und das hat damit zu tun dass wir in die reinigung gehen wir reinigen uns innerlich wir lassen alte gedanken gefühle und energien los vielleicht hast du in letzter zeit gemerkt dass da menschen sind die dir nicht gut tun situationen die dir nicht gut tun gedanken die dir nicht gut tun all das das ist so vieles außenrum und du merkst auf einmal das brauche ich gar nicht das brauchst du auch wirklich nicht du darfst jetzt wirklich so zum ersten august zum vollmond entrümpeln und das auf deine ganz individuelle art und weise und du wirst auch wissen wo du ansetzt wo du eben genau hinschaust wo du grenzen setzt wo du entrümpelst schlichtweg ich schmunzelt schon wieder weil ich auch beim entrümpeln und ja mein mann der zieht schon das weite der kriegt glaube ich langsam echt die krise spannend wichtig ist aber und das schöne ist die karten haben ja da auch immer ein eigenleben als ich mit diesem kartendeck fertig war und das nächste kartendeck ziehen wollte oder die karten aus dem nächsten kartendeck halleluja heute wollen die wörter wieder schneller wie es eigentlich geht zu quatschen als ich das kartendeck weg legen wollte ist eine karte noch zum vorschein gekommen die auch noch wichtig ist und die zeigt uns es geht um die intuition sei offen für die intuitiven impulse deiner seele und diese jederzeit wahrzunehmen und das geht hier noch mal mit rein das beinhaltet eigentlich schon diese zwei karten und doch unterstreicht ist diese dritte karte noch mal und sagt hey ja du hast eine intuition sie ist gut sie kommt aus dir und werde dir dessen bewusst und nimm das ganz ganz intensiv mit ein weiterer punkt den uns die geistige welt zu diesem vollmond gibt ist die information friedliche kommunikation friedliche kommunikation und vielleicht hast du gemerkt dass in letzter zeit ganz viel energie war wo am liebsten auch mal auf den tisch geklopft hättest wo menschen am liebsten angebrüllt hättest und hättest gesagt hey was soll das also also was und hier wirst du aufgefordert gehe in die friedliche kommunikation nimm es einfach an lass es durch dich fließen durch dein innerstes und dann verändere damit die welt weise auch andere drauf hin die vielleicht noch nicht ganz da sind die am liebsten schreien und toben und wir treffen ja dann manchmal auf solche menschen und dann hol die mit deiner ruhe mit deiner inneren klarheit mit einer friedlichen kommunikation runter und ein wunderbarer tipp hierfür wenn du jemand hast der vor dir steht der schreit brüllt tobt rede klar und leise weil je leiser du wirst umso mehr muss der sicher anstrengend dir zuzuhören und das ist genau der punkt hier du kannst denjenigen runterholen indem du tatsächlich dann ruhiger wirst und das ist doch einfach mal richtig schön ich habe übrigens mal in meiner welt vor dem kartenlegen einen kollegen gehabt der hat das perfekt gekonnt der hat jede situation genau mit diesem mechanismus des leiser werden absolut entschärft und schau mal wo du entschärfen kannst eine kommunikation geh in die friedliche kommunikation und das mit all deinen menschen auch wirst du aufgefordert in die weiblich intuitive kraft zu gehen und wir haben ja gerade schon mal hier die intuition gesehen hier wird es jetzt noch mal unterstrichen dieser unendliche fluss das ist ein geschenk der weiblichen kraft der weiblichen intuition die durch dich strömen kann kann und darf achte und ehre sie gehe in diese schöpferenergie und werde dir bewusst dass du fließen lassen kannst dass du jemand bist der gerade mit seinem prozess hier genau etwas beitragen kann für das kollektiv diese friedliche kommunikation dieses wunderbare klare statement zu setzen andere runter zu holen also da ist ganz ganz vieles vieles möglich die geistige welt fordert dich aber auch noch auf etwas aufzupassen warum sollst du aufpassen ja wiederholende zeichen du kriegst zeichen geschickt sie wiederholen sich sie zeigen dir da ist etwas wichtig das kannst du natürlich unterschiedlich mit umgehen und sagen ach weiß ich ja schon du kannst auch sagen schon wieder du kannst aber auch sagen noch mal ein hinweis also achte da auch mal drauf wie du hier mit umgehst weil hier ist tatsächlich zeichen die für dich für deinen individuellen weg immer wieder hinweise botschaften und dergleichen geben zum beispiel vielleicht begegnet dir immer wieder eine feder und dann weißt du federn es kommt um eine kommunikation und das immer wieder an dem punkt kommunikation oder aber du bekommst zahlen geschickt also es gibt so viele viele hinweise oder auch dinge die sich wiederholen wo du auf einmal merkst hoppla das scheint richtig und wichtig zu sein und dann dann kommt noch der hinweis selbstständigkeit du bist die geborene unternehmerin dein unternehmen ist in magische möglichkeiten gehüllt also ein hinweis auf die die selbstständig werden wollen die schon in diesem gedanken sind die bekommen auch botschaften aber auch ein hinweis dass du wenn du jetzt nicht unbedingt selbstständig bist sondern einem normalen job nach gehst dass du ja du hast ja auch unternehmerische fähigkeiten nämlich in deinem leben du setzt etwas um du wirtschaftest deinen haushalt du wirtschaftest auch um deine wünsche zu erfüllen also betrifft es uns alle es geht tatsächlich ich nenne es mal um die hauswirtschafterin oder den hauswirtschafter in uns dass wir mit all dem was wir gerade planen positive energien mit uns ziehen und das eben immer dann sobald wir aus dem meister selbst heraus arbeiten aus dem meister selbst heraus agieren und das ist hier eben wichtig ihr merkt schon das kitzelt an dass wir das für uns tun und das ganze geht dann noch über in die worte der fülle die worte der fülle das heißt manifestation ist gerade auch das a und o sei dir bewusst mit allem was du wegschickst dass du positive dinge erreichen kannst positive dinge erreichen sollst und das ist eben wichtig also wir haben ja hier schon die friedliche kommunikation und die weibliche intuitive kraft die vorwärts geht und jetzt schau einfach mal die worte der fülle an wie ist denn gerade deine finanzielle situation und wie beschreibst du diese situation achte da auch mal auf dich pass auf hammer hat die karte achte darauf wie du damit umgehst wie du sprichst und vielleicht in denen momenten wo es dir noch gar nicht bewusst wird aber wenn du am tagesende dir dann darüber klar wirst und nachdenkst was du denn da los gelassen hast dann wird so der ein oder andere aha effekt tatsächlich kommen und du wirst merken wo es vielleicht nicht ganz so toll war was du weggeschickt hast und dann wo du dich selber lobst und sagst da habe ich richtig gut positiv meine affirmation losgelassen meine worte gewählt und all das ist hier mit dabei also optimistisch liebevoll fließen lassen und das in deiner weiblichen art und weise du wirst aber auch aufgefordert und da kommt diese karte blende ablenkungen aus du hast deine lebensaufgabe du hast auch andere dinge und prioritäten und jetzt geht es darum dass du schaust wo sind denn da ablenkungen da manchmal merkt man das gar nicht so achte mal auf dich wenn du durch deine wohnung läuft und wenn du ein ziel hast zum beispiel du gehst von deiner couch in die küche weil du etwas holen möchtest und was dir auf dem weg dahin alles einfällt was du siehst was du noch machen was du tun sollen müsstest und wie du dich das selber unter druck setzt also was wäre so klassisch man sieht da ist noch leer gut ach ja das müsste ich weg bringen da ist vielleicht noch der müll ach ja den müsste ich raustragen dann alles papier müll wie auch immer wo meine einkaufsliste ich muss noch was ergänzen und dann dann hast du vielleicht total vergessen warum du tatsächlich in die küche gegangen bist gehst wieder auf deine couch und da wird dir bewusst oh mist jetzt habe ich alles mögliche irgendwo gerade im kopf gehabt oder vielleicht auch umgesetzt bloß nicht das was ich wollte das ist jetzt ein ganz simples beispiel aber das trifft genau den nagel auf den kopf für all die dinge wenn es eben um deine lebensaufgabe geht und du dich da auch gewissermaßen ablenken lässt hier ist auch der hinweis tatsächlich mit dieser karte dass du mal alle unterhaltungsgeräte ausschaltest dass du mal bei dir bist und dass du für dich schaust beziehungsweise dass du gezielt auswählst mit was du dich umgeben willst also ganz gezielt und dann ansonsten alles mögliche ab und ausschalten damit du bei dir bist um klarer vorwärts zu gehen und dann entsprechend auch deine lebensaufgabe umzusetzen spannende aspekte wichtige aspekte und doch auch allerhand was es von einem ab verlangt wir haben aber noch ein paar mehr karten die hier noch kommen wollen denn was ist noch für uns gekommen wir haben atem ist und wenn du sie anschaust die ist gefühlt die ist so bereit die hat ihren bogen schon gespannt und was möchte sie dir mitgeben sie ist auf der einen seite eine jungfräuliche göttin aber wiederum eine jungfräuliche göttin der jagd sie ist gleichzeitig auch im wald unterwegs sie hat den mond an ihrer seite und sie ist die hüterin der kinder und der frauen und jetzt schau mal das ist doch super spannend das ist hier das vollmond reading sie kommt mit dem mond der wald du hast gehört ablenkungen ausschalten in die natur gehen bei sich sein all das ist hier mit dabei die weibliche kraft haben wir auch also ganz ganz vieles was sie mit ausstrahlt und sie spricht eben zu dir und sagt hey ich bin die stille ich bin die ruhe und ich bin die geduld und das was sie hier mit ihren pfeilen verschießt das ist auch weisheit dass es wissen sie bringt allerdings auch die ein oder andere prüfung zu uns menschen mit und mit diesen prüfungen dürfen wir wachsen also sei dir gewiss rund um den vollmond wirst du auch geprüft von der geistigen welt damit du eben weisheit wachstum damit du das licht erkennst damit du mit dem mond der mond im lennomo die intuition was wir hier ja auch intensiv haben also du merkst schon da ist eine ganz ganz tiefe verbindung die hier ist und wenn sie eben da ist ist es auf der einen seite so ein bisschen eine schwingung von wild und unbezähmbar so auch nichts was sie unterwirft auch wieder so eine gewisse richtung zum meister selbst was es hier einschlägt und ihre schwingung von der ewigen jugend leichtigkeit herzlichkeit und doch die dinge anzupacken das ist eben was hier so besonders am mitschwingen ist aber sie kommt auch nicht alleine wir haben noch hypatia von alexandria die mit dabei ist und sie war eine geachtete philosophin eine naturwissenschaftlerin und sie war fasziniert von mathematik und auch astronomie als sie kam habe ich wieder geschmunzelt astronomie denn die letzten tage habe ich mich seit langem mal wieder mehr mit der astrologie beschäftigt und dachtest so was kommt hier alles was ist hier was kommt zum vorschein und du wirst dann auch merken wo hat es denn dich hingezogen die letzten tage was hat dich denn so angetriggert vielleicht hat sich auch dahin gezogen vielleicht hast du dich noch ein bisschen mehr mit den dingen in deinem leben beschäftigt mathematik wir haben die zahlen gerade selbstständig und ich habe gesagt die hauswirtschafterin bzw der hauswirtschafter du hast geguckt was da alles mit dabei ist und wenn sie kommt sie sagt eben auch immer wieder achte ehre dich selber gehe an dem punkt dass du zu dir selber schön und nett bist das heißt auch auch wenn du nichts vor hast richte dich jeden tag so her wie wenn du das haus für ein date verlassen würdest und das gibt sie dir hier ganz besonders mit also eine spannende sache was auch sie mit gibt wie immer und das wisst ihr ja schon nehme ich dann auch dazu die crystal of series basic cards wir schauen was es da noch gibt die mische ich jetzt erst und sie sie mit eurer energie zusammen und wir gucken mal was der vollmond da so mit sich bringt da kommt schon die erste karte inklusive einer zweiten karte wir haben die freunde eine gewisse zeit mit freunden die wir haben und wir haben auch die reife frau das ist eine ja schaut mal das meister selbst wir reifen in uns wir wissen genau welche menschen wir um uns haben wollen die freunde also dieses bewusstsein was ist eben gut für uns was ist nicht gut für uns und das kommt immer immer weiter zum vorschein und ja wer grätscht da noch ein bisschen rein die ahnen haben wir jetzt die ahnen warum kommen die denn jetzt ums eck warum kommen die ahnen sehr meine aufgabe sie erinnern dich und schaut mal wir haben hier die zeichen die kommen die kommen von deinen ahnen weil sie eben auch sehen wenn du abgelenkt bist von irgendetwas weil sie wollen dich auf den richtigen weg schubsen und werden dir deswegen botschaften schicken ahnen botschaften ahnen zeichen achte da wirklich ganz intensiv drauf was sie hier für dich mitbringen und da kommen schon die letzten zwei karten denn wir haben die glücklichen umstände hoch und wir haben kurzfristig also die ahnen botschaften sind besonders wichtig in einer kurzfristigen fülle die hier eintreten darf und das ist doch richtig richtig schön also achte hier drauf schau was kommt welche botschaften kommen achte besonders auf die worte der fülle die friedliche kommunikation also wir haben hier ganz ganz viele botschaften die uns begleiten ja ihr lieben das war's für dieses special ich finde sehr passend zu der energie die gerade um uns ist ich schicke euch wie immer ganz viel licht und liebe und in diesem sinne namaste